Musik Ja, es ist natürlich unheimlich wichtig, dass möglichst viele Möglichkeiten geschaffen werden, dass die Kinder wirklich was in die Hand nehmen können. Deswegen ist es ganz wichtig, ganz früh anzufangen, die Neugier da zu wecken, wo wir sie abholen können und das auch mitmachen müssen. Musik Also das Highlight auf der Becher ist natürlich einmal Formel 1 in der Schule. Das ist natürlich etwas, was wirklich ganz begeisternd ist, weil hier wirklich in Teams gearbeitet wird. Die fangen wirklich an, die Fahrzeuge zu bauen, zu konstruieren und sie zu modifizieren, dass sie dann wirklich hinterher auf Rennen geschickt werden. Es gibt ja eine Weltmeisterschaft für die Formel 1 in der Schule. Musik Wir müssen unsere jungen Leute antworten. Wir müssen uns an der Emotion packen, so wie sie hier auf dieser Messe fleißig und auch ein Stück weit mit Begeisterung Experimente machen. So müssen wir unsere jungen Leute gewinnen, dass sie ein Stück weit sich für Mathematik, Physik und Chemie begeistern, für diese Inhalte, die ganz wichtig sind. Es macht einfach Spaß, so einen Elektromotor zu bauen und das machen wir vorne auf dem Stand für Kinder, wenn die das sehen, wie das geht. Und die können auch sofort sehen, dass es nicht geht. Sie müssen nicht diskutieren, ob das vielleicht historisch so oder so ist, sondern man sieht, es funktioniert nicht. Dann mache ich so lange rum, bis es funktioniert. Dann habe ich was gelernt. Musik Patrick Berger mein Name. Ich bin vom Klimamobil und bin mit der Schooltour bundesweit unterwegs und war jetzt die letzten drei Tage hier auf der Vorschau in München. Und es war eine ganz große Klasse, wir hatten ein tolles Publikum. Es war wunderbar, es war ein toller Rahmen, wir hatten sehr viele gute Gespräche, die Leute waren sehr, sehr interessiert. Die Kinder sind sehr lange am Stand geblieben, haben sich wirklich eingehend damit beschäftigt. Es hat uns sehr, sehr gut gefallen. Wir hatten also wirklich sehr, sehr gute Gespräche hier. Wir hatten sehr, sehr viele Teams da, sehr viele Kinder da in den Altersklassen, die auch sehr interessiert sind an unserem Wettbewerb, die auch in unserer Altersklasse passen. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe vieles hier kennengelernt, wo ich gar nicht selbst damit gerechnet hatte. Viele Jugendliche auf mich zugekommen sind. Also es war sehr toll, es war ein toller Erfolg. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017